. 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 ... bis zum Einsatz. Einsatz in 5 Sekunden. Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Ich lade nach! Verbindung wird aufgebaut. Gerät konvertiert. Das war mal leider dabei. Vor allen Dingen habe ich die zwei gleich zur Stelle geholt. Da ist der nächste. Das ist der nächste. Scheiße, diesmal war ich nicht dran. ELA steht auch noch da. Nur noch einen vom eigenen Trupp. Schön. Die Durchgut. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Die eine Kugel traf dann doch noch. Ja. Ich meine gerade. Irgendeiner vom Streuschuss. Das passt dann. Sie hat nie enttäuscht mich. Die hält sich ein bisschen zurück. Ja. Ist mal. Ist mal. Ja. Ja. Ist mal. Ja. Ist mal. Ich habe eine Spätschicht. Ich bin hellwach. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspülen. Aber das sieht nächste Woche wieder bei mir genauso aus. Da heißt es wieder 34 Schicht beginnen. Das heißt um 3 Uhr aufstellen. Das geht runter. Nimm ein bisschen. Tja. Das geht runter. Von dem rein. Nimm den. Tja. Zähne. Tja. 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 Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Lade-Magazin! 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 und dann noch einer so jetzt habe ich keine doch eine leitung habe ich doch diesmal nicht es bleiben noch 15 sekunden 10 sekunden der sitzt neben dir jeden preis gegner neutralisiert eigener trug erfolgreich weil er noch einer stunde ich hatte da eh noch eine kleber mit hingelegt durchfallend Mann! Da wird doch Sandy ganz neidisch. Den Bereich sichern, die Bomben zu weiterschützen. Razor-Kanade verlegt. Tacheldraht in Position. Die werden überrascht sein. Grenz aufgemacht. Die Mauer umbehalten. Wie festgeklippt. Starte stören in Achtung, werfe Razor-Blum. Zugangssperre angebracht. Waren Sie nur kommen. Nur noch 10 Sekunden. Nicht in den Explosionsradius kommen. Noch 5 Sekunden. Störsinn wird aktiviert. Störsinn wird bereit. Die Gegner müssen noch eine Bombe lokalisieren. Störsinn wird aktiviert. Störsinn wird aktiviert. Meine Fresse. Fack. Störsinn wird aktiviert. Ach Mann. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Schwert-Ballentwerte. Ein Wichsel-Magazine. Ein Wichsel-Magazine. Ein Wichsel. Scheiße. Die sind drüben drin. schuss. Blöken sinnvoll. die wollen es wissen gerade an der flasche da ist eine lasche an der flasche an der flasche Hast du fein gemacht? Und das Bein direkt mit. Ich wollte gerade sagen, ich bin hier gerade Sprengfall am legen. Boah Alter! Dropper ist auf. Ah, der hat zugemacht, okay gut. Fast verstärkt! Vorsicht! Ja, vor allem, du wirfst Vorsicht! Ja, weil da hinterher jemand warf. Das war die Tür. Ich lade nach! Ich wechsle das Magazin. Mein Stärkung angebracht! Karte fliegt. Irgendwo hier. Scheiße, rosa, geht am Schild. Ich bin zufrieden mit meiner Runde. Wie 10 Punkten? Ne, 100 Punkten. Mit 25 keins. Nein. Mach mal so. Ich bin zufrieden mit meiner Runde. Ich bin zufrieden mit meiner Runde.